Moin Leute, das hier ist meine selbstgebaute PV-Anlage mit 12 Kilowatt Peak und einem selbstgebauten 33 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ich zeige euch heute die Hardware, was es gekostet hat, wie viel das heute im Vergleich kosten würde, wo ich das alles herbekommen habe, wie zufrieden oder auch nicht ich bin, was ich damit eigentlich auch spare quasi, also anhand von echten Ertragsdaten und zwar für dieses Jahr und auch für letztes Jahr. Ich erzähle euch aber auch, was ich heute tatsächlich anders machen würde, denn da gibt es ein paar Dinge. Also los geht's! Hier seht ihr jetzt den ersten String mit ca. 5,4 kW. Das sind 18 x 300 Watt-Module von Luxem. Ich habe die bei uns auf dem Carport verschraubt, das ist natürlich ziemlich doof mit dem ganzen Bitumen-Bahn. Allerdings kann ich die Bretter von unten direkt sehen, also da ist jetzt keine Dämmung oder sowas dazwischen, sodass man halt eventuelle Undichtigkeiten sofort sieht und dass die auffallen. Ansonsten habe ich die Schienen selbst nochmal komplett mit Bitumen-Streifen am Rand eingeschweißt, wie ihr hier sehen könnt, und die Löcher der Schrauben vorher mit Bitumen-Kleber gefüllt. Seit ca. zwei Jahren ist eigentlich alles ziemlich gut dicht, also es hält wirklich recht gut. Was das alles gekostet hat und was es heute so kosten würde, zeige ich euch gleich noch. Erstmal gehen wir mal durch. Ich habe hier noch weitere Module auf unsere Veranda gepackt, also hier ist dasselbe Problem wie beim Carport. Wir haben auch hier wieder so blöde Bitumen-Bahnen oben drauf, von unten aber wieder sehr, sehr gut sichtbar. Also falls irgendwas undicht ist, wird es halt sofort auffallen. Bisher aber wie gesagt auch hier alles bestens, also das, was ich da gemacht habe, ist ganz gut. Ihr könnt hier jetzt die PV-Schienen mit Stockstrauben sehen, also wie ich die erhöht habe. Und das Ganze habe ich gemacht, damit quasi das Regenwasser abfließen kann, also unter den PV-Modulen durch, damit sich da nichts staut und auch damit ich die Kabel ein bisschen erhöht habe, dass die nicht irgendwie im Regen rumliegen. Als PV-Module habe ich zwölf Ja-Solar-410-Watt-Halbzellen-Module genommen. Und die haben damals 140 Euro das Stück gekostet und ca. insgesamt 100 Euro Versand bei nils24.de. Wie gesagt, zeige euch aber gleich nochmal andere Shops. Also es gibt nicht nur den, sondern da gibt es jede Menge und da könnt ihr ein bisschen gucken, wo ihr die besten Angebote oder Module für euch findet. Ich komme zusammen mit den Carport-Modulen über 10 kW, also der maximalen Grenze meines Wechselrichters tatsächlich. Und der Grund dafür ist, die meisten Wechselrichter können sogenanntes Overpaneling. Also ich schließe etwas mehr an als angegeben. Das sind 10 bis 20 Prozent, sind eigentlich durchaus üblich. Aber vorher natürlich im Handbuch checken. Der große Vorteil ist halt, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie im Winter wenig da ist, dann habe ich einfach ein bisschen mehr Reserve. Und im Sommer würde mir nur oben der maximale Peak ein bisschen abgeschnitten werden. Also so kann man sich das vorstellen. Unser Hausdach möchte ich momentan nicht angehen, da einfach wie auch da Bitum drauf ist. Es ist relativ neu gedämmt und auch windanfällig. Deswegen habe ich unsere Veranda noch genutzt, quasi als Balkon, um für den Winter noch ein bisschen mehr zu erzeugen. Und um im Winter mehr zu machen, ist es halt wichtig, dass die Module möglichst steil aufgestellert sind. Also halt nicht flach, sondern wirklich steil. Und ihr seht jetzt hier eins von vier 370 Watt Modulen von ASWS. Das sind Glas-Glas-Bifazial-Module. Das heißt, die können auch von hinten bestrahlt werden und auch von hinten ein bisschen Energie machen. Dann habe ich noch einen höheren Ertrag. Also teiltransparent auch sind die noch. Die Halterung habe ich jetzt hier, die ihr seht von einem Profi-Nest-Shop. Wie gesagt, auch hier keine Verbindung irgendwie. Das ist ein bekannter Großhändler, der ist bei uns im Forum recht beliebt. Und später, wie gesagt, nenne ich euch aber noch Mehrstops, die bei uns in der Community beliebt sind. Mit der Halterung bin ich echt zufrieden, die ist recht gut. Sehr robust und vermutlich eine gute Lösung für viele. Allerdings nicht günstig. Im Moment so bei 90 Euro ohne Mehrwertsteuer. Die Wechselrichter, die hier aufangebaut sind, sind zwei Envertec EVT 560. Also sind noch relativ alt. Ich habe die in Serie geschaltet und dann speisen die beide ins Hausnetz ein. Das heißt, ich komme deutlich über 1 kW. Und bei der Leistung sind die deswegen auch fest verdrahtet. Also natürlich nicht mehr über eine Schuko-Steckdose. Für beide Wechselrichter habe ich jetzt zusammen 250 Euro bezahlt. Das war allerdings gebraucht, aber die funktionieren immer noch einwandfrei. Wie viel Energie ich einspeise, messe ich mit einem Sonnerauf-Pau R2, den ich mit TAS Motor geflasht habe und so zum Energy Meter einfach umfunktioniert habe. Das könnt ihr halt eigentlich auch machen. Oder ihr nehmt direkt so einen Shelly zum Beispiel. Der kann das nativ, also einfach dranklemmen. Dann seht ihr sofort, wie viel ihr da verbraucht habt. Also das ist eine relativ einfache und günstige Lösung. Das Geile, der große MPP-Solarwechselrichter. Unten kann halt den überschüssigen Strom der zwei Envertex, also der Balkonsolaranlage sozusagen, dann abgreifen und den großen Akku damit laden, obwohl der ganz woanders steht. Also ich nutze das Hausnetz sozusagen zum Stromaustausch. Und das ist echt ziemlich cool. Das funktioniert echt gut. Und ich habe dann keine Verkabelungsprobleme. Also ich muss jetzt nicht irgendwie noch runter in den Container irgendwie ein Kabel legen oder sowas. Der Stromkreis zum Verteilerkasten ist natürlich exklusiv für die beiden Envertex reserviert. Also damit da kein Stress irgendwie ist. Und deswegen hier bitte nicht mit einer normalen Balkonsolaranlage verwechseln. Das hier ist eine echte Erweiterung der großen Anlage und ist auch anmeldepflichtig. Aber im Prinzip sind das alles Teile, die ich für eine Balkonsolaranlage nehmen würde. Aber es ist ziemlich cool. Ja, hier im Garten seht ihr jetzt, hier ist eine freistehende Experimentieranlage. Also hier teste ich echt meine Mikrowechselrichter, die Module. Es sind auch verschiedene. Es sind einmal IBC-Module und ganz normale Halbzellmodule. Und das ist eigentlich eher so eine Experimentieranlage für den Kanal. Deswegen habe ich diese Anlage auch aus meiner Rechnung, die ich hier heute mache, auch ausgelassen. Also die ist so ein bisschen außen vor. Extrem wichtig hierbei ist aber, dass die Beschwerung von circa 100 Kilogramm pro Modul da ist. Also das könnt ihr hier auch sehen. Das habe ich einfach mit alten Steinen realisiert, die sowieso weg müssen. Und diese dann mit einem robusten Gewebesack an den Modulen befestigt. Und das hat jetzt bereits mehrere Stürme überlebt. Also wirklich alles ziemlich optimal. Wobei auch hier hinten noch der Zaun ist, der das Ganze auch nochmal vor dem Wind schützt. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch. Der Akku wie auch die Elektronik sind draußen in einem Container. Warum, fragen mich viele? Na der Grund ist tatsächlich nicht nur die Sicherheit, sondern weil drinnen auch einfach kein geeigneter Platz dafür da ist. Der Container ist sehr cool. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Winter ist es so kalt, dass ich den Lithium-Eisenphosphat-Akku hier wirklich einpacken muss. Und zwar gut. Und deswegen diese Steinwolle drumherum. Das Problem ist, dass sie bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus unter 0 Grad oder um die 0 Grad ungerne geladen werden. Und dann wirklich Schaden nehmen können. Deswegen muss man hier aufpassen. Ansonsten habe ich mir den Akku komplett selber zusammengestellt. Das sind 32x200 Amperestundenzellen, die ich in China bei Shenzhen Basin bestellt habe. Wobei ich jetzt erstmal von denen abraten muss. Ich erkläre euch gleich noch warum. Alternativ gibt es aber noch ncon.nl in den Niederlanden. Aber auch Yves bei Alibaba. Denn das ist der Hersteller selbst. Und bei dem läuft alles auf jeden Fall 1a ab. Da habt ihr keine Probleme. Von AliExpress zum Beispiel muss ich euch komplett abraten. Also hier haben wir wirklich sehr viele negative Berichte. Aber auch von den meisten Alibaba-Shops. Da kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch mal bei uns im Forum diesen Thread anzugucken. Da sind leider viele Negativberichte. Das ist sehr düster. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass ich viele Dinge am Akku nochmal verbessert habe. Also zum Beispiel diese Busbars. Die sind jetzt hier flexibel gestaltet, um Druck von den Polen zu nehmen. Zudem habe ich noch Resinplatten zwischen den Polen installiert. Also ihr könnt ihr hier sehen, falls die leitende Außenhülle der Zellen irgendeine Beschädigung erfahren oder so. Dann ist immer noch diese Platte als Isolation da. Also auch noch zusätzliche Sicherheit. Und zudem sind noch diese Glas-Hohlkugeln. Unten ist auch ein Link, falls ihr euch dafür interessiert. Über den Zellen, also falls es hier irgendwie heiß wird oder so, dann schmilzt quasi hier die Hülle. Und die Kugeln werden freigesetzt. Und dann die Schmelzen dann. Und durch die Schmelzenthalpie, also die Energie, die zum Schmelzen benötigt wird, kühlen diese Kügelchen dann den Akku runter. Und ein Brand kann hoffentlich verhindert werden. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert und hoffe, dass es nie passiert. Aber wir werden sehen. Okay, schauen wir uns die Elektronik an. Okay, hier seht ihr den Wechselrichter. Das ist ein MPP Solar MPI 5K oder Voltronic Infini Solar oder FSP. Das ist quasi immer dasselbe Produkt unter einem anderen Label. Also gibt es von verschiedensten Firmen. Dieser Wechselrichter steuert quasi alles. Also hier geht die PV in den Akku rein. Der Akku wird hier G- und N-laden. Aber auch der Hausanschluss läuft über halt ein großes 6mm Kabel unterirdisch in die zentrale Hausverteilung. Also alles auch wieder selber gemacht. Interessant ist, dass ich den Wechselrichter hier selber steuere und den Akku und so weiter für alles mögliche nutze. Also ich habe hier quasi einen kleinen Raspberry Pi Zero am Laufen. Da ist Solar Assistant drauf. Und damit kann ich meinen Wechselrichter hier wirklich sehr, sehr geil fernsteuern. Ich finde auch Solar Assistant ist eine ziemlich coole Software. Also könnt ihr euch je nachdem auch mal anschauen. Zum Beispiel, wenn im Winter wenig PV da ist, nutze ich meinen dynamischen Stromtarif bei Tibber und lade den Akku halt, wenn der Strom richtig günstig ist und verbrauche dann wieder, wenn es dann teurer wird. In diesem Video habe ich das ein bisschen genauer erklärt. Könnt ihr euch anschauen. Ach ja, ich werde oft gefragt, hast du den Einbruch eigentlich komplett alleine gemacht? Und da muss ich schon sagen, fast. Denn die Wechselstromseite, also alles was an das öffentliche Netz dran geht, dabei hat mir natürlich ein Elektriker geholfen. Und er hat das auch abgenommen. Das heißt, er hat sich hier nochmal alles angeschaut, auch hier und da mal was gemeckert und gesagt, nee, das musst du noch verbessern, habe ich da natürlich gemacht. Also es ist auch sehr sinnvoll, wenn er nochmal ein Profi drüber schaut. Also natürlich auch über die DC-Seite hat er drüber geguckt und sind hier immerhin Ströme von mehreren 100 Ampere bei den Akkus und Spannungen von teilweise 800 bis 900 Volt bei der PV. Also absolute Lebensgefahr, wenn man Blödsinn macht. Also hier kann ich wirklich nur sagen, bitte aufpassen, auch falls ihr das macht, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Ja, warum habe ich eigentlich 33 Kilowatt geschrieben, aber bisher immer nur von 22 Kilowattstunden gesprochen oder die auch gezeigt? Ja, als Influencer passieren manchmal Dinge, die lassen einen echt staunen, kann ich nicht anders sagen. Dieser riesen Akku, den ihr hier sehen könnt, stand vor einiger Zeit einfach vor meiner Tür. Ist kein Scheiß. Also wirklich, ich wusste gar nichts davon. Ich habe mir den einfach dahingestellt. Die Firma Basen hat mir den zum Testen einfach geschickt, ohne mir irgendwie Bescheid zu sagen. Und da habe ich meine Zellen damals bestellt. Also daher kam der Erstkontakt zustande. War selbst halt immer sehr relativ zufrieden mit denen. Allerdings habe ich mittlerweile alle Links von denen entfernt, da es bei uns im Forum, könnt ihr hier nachlesen, echt viele negative Erfahrungen gab. Also nicht nur mit denen, sondern mit verschiedenen chinesischen Firmen. Zudem habe ich noch mit mittlerweile herausbekommen, dass viele chinesische Firmen, also gerade diese Alibaba-Versender, das Recycling-System hier umgehen. Und die Kosten zahlen dann praktisch deutsche Shops beziehungsweise Kunden. Das machen nicht alle chinesischen Versender, aber viele. Ich werde dann nächstes auch ein Video drüber zumachen und euch dann nochmal aufklären. Das sind halt so viele Dinge, die nicht unbedingt jeder mitbekommt, die aber eigentlich, also finde ich, unbedingt gesagt werden sollten. Das ist so ein bisschen der Grund. Aber der Hauptgrund ist, weil es da echt Probleme gab. Sicherlich einer der größten Vorteile, wenn man halt kein Geld von diesen Firmen nimmt. Also gerade die, die man halt vorstellt. Denn so bin ich halt komplett unabhängig, kann meine Meinung einfach ändern, wenn ich merke, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, ohne dass ich Geld verliere. Also das heißt, ich habe da gar kein eigenes finanzielles Interesse oder hänge da nicht irgendwie dran. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt auch so ein bisschen, warum diese Unabhängigkeit immer in meinen Augen so enorm wichtig ist. Ansonsten besteht halt immer die Gefahr, muss nicht sein, aber dass man halt wirklich an Tropf dieser Firmen hängt. Und dann ist das natürlich echt ein Problem. Jo, okay, jetzt das Spannende. Was hat der Spaß eigentlich insgesamt gekostet? Also ich bin selber gespannt, da ich das halt immer wieder nicht auf einmal gekauft habe, sondern immer zusammengestellt habe. Und rechne es dann halt selber irgendwann erst nach, sodass es auch für mich tatsächlich immer relativ interessant ist. Fassen wir mal zusammen. Mach es mal so ein bisschen als damals und heute. Also ich möchte auch gerne ein bisschen die Preise vergleichen, sofern es möglich ist, weil nicht alle Teile bekommt man von damals noch. Aber ich versuche es mal, das auf eine ähnliche Weise zu machen. Also fürs Carport, da hatte ich 18 Module. Die haben damals 2000 Euro gekostet. Für die Veranda waren es 2300. Für die Balkon-PV 1650 Euro. Für den Akku waren es so 1392 Euro. Für die 16 Blöcke und 1250 für die nächsten 16er Blöcke. Also insgesamt 2642 Euro. Plus 200 Euro fürs BMS und DIY Monitoring. Der Wechselrichter, den ich habe, ist ein MPP Solar Wechselrichter. Der hat damals 1200 Euro gekostet. Da hatte ich halt echt Glück. Wie sieht es heute aus? Heute habe ich das Carport genommen. Da hätten wir 250 Euro für die Unterkonstruktion. Das war eben alles natürlich mit drin. Plus 1390 Euro für die Module. Ich musste jetzt hier aber 410 Watt Module nehmen, weil 300 habe ich gar nicht mehr gefunden. Komme dann auf 1640 Euro ohne Mehrwertsteuer halt. Oder dann ungefähr 1900 mit Mehrwertsteuer. Also wie gesagt, im Moment gibt es ja diese 0% Mehrwertsteueraktion. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt weiter rechnen mit 19%, damit es vergleichbar bleibt mit damals. Für die Veranda-Module. Da hatte ich jetzt 200 Euro für die Unterkonstruktion. Plus 1284 Euro für die Module. Also plus 19% liegen wir dann wieder bei 1,5 ungefähr. Und dann sind wir insgesamt für die Veranda bei 1765 Euro. Für die Balkon-PV. Da hatte ich jetzt die Halterungen. Die sind tatsächlich wieder aus günstiger geworden. Die liegen im Moment bei 95 Euro. Vier Stück davon. Links wie gesagt alle unten. Und ich habe mit den Shops auch nichts am Hut oder so. Also wie gesagt alles unabhängig hier. Und 4 mal 111 Euro für bifaziale Module, wie ich sie hier ungefähr hatte. Plus zweimal ein Heumalswechselrichter für 330 Euro. Und damit komme ich dann so auf 1300, 1400 Euro mit den 19% plus Versand, wenn man nicht selbst abholt. Wie gesagt, von den ganzen Preisen kämen dann halt die 90% noch mal runter. Das ist halt schon ziemlich cool im Moment. Den aktuellen Preis vom MPI 5K, also von dem Wechselrichter, den ich habe, konnte ich leider nicht mehr bekommen. Also ich bin da jetzt so schnell nicht dran gekommen. Die haben noch nicht geantwortet. Die haben auch keine Listen. Das ist halt ein bisschen blöd bei dem Shop. Es gibt aber zahlreiche andere Wechselrichter. Oder was weiß ich, von Grovat oder sowas. Die liegen jetzt ungefähr bei 1,8, 2.000 Euro für einen, der eine ähnliche Funktionalität hat, wie den, den ich jetzt habe. Genau, der Akku, der würde jetzt momentan kosten 16 mal EVE 280. Der hätte also ein bisschen weniger Kapazität. Dafür hat man aber nur 16. Ich würde es, glaube ich, wenn es nochmal neu machen würde, eher so machen. Halt nicht die 32, weil es nervt. Hat dann natürlich nur 14,3 Kilowattstunden statt 22. Passt aber trotzdem, denke ich, ist für die meisten ja okay. Ist jetzt nicht ganz fair der Vergleich. Aber, wie gesagt, so würde ich es jetzt machen. Plus 200 Euro ungefähr nochmal fürs BMS. Okay, dann noch Elektronik, Kabel, Kleinteile. Das sind so 600 Euro. Da habe ich jetzt keinen Vergleich zu damals gemacht. Ich denke, da wird sich jetzt nicht so unendlich viel getan haben. Aber ist jetzt auch echt, wie gesagt, nur eine Hausnummer. So, insgesamt komme ich halt, wie gesagt, so auf 1.800 Euro für circa 12 Kilowattstunden mit einem 22 Kilowattstunden Akku. Was halt schon ziemlich geil ist. Die Summe damals wäre halt dann, wie gesagt, 8.000 Euro für DPV und 2.800 Euro für den Akku gewesen. Summe heute sind 7.100 Euro für DPV, allerdings mit 19% Mehrwertsteuer. Also hier könntet ihr je nachdem nochmal 19% runterkommen, auch für den Akku, je nachdem, wie ihr es macht. Und dann 2.500 Euro nochmal für den Akku, der dann ein bisschen weniger Kapazität hätte. Aber dafür hätte man nicht mehr 32, sondern nur 16 Zellen. Wie gesagt, ich würde es jetzt so machen. Also da kommt man dann halt ein bisschen günstiger bei rum. Oder man nimmt einfach so einen fertigen Akku, zum Beispiel von Pylentech. Die kann man auch bei Encon zum Beispiel bekommen für circa 1.400 Euro pro 4,8 Kilowattstunden. Also bei 15 Kilowattstunden käme ich dann halt auf 3.200 Euro statt 2.500 Euro. Habe dafür aber echt keine Bastelei und nichts. Das ist eigentlich ein guter Deal. Wäre es damals so günstig gewesen, ich hätte es so gemacht, glaube ich. Weil, wie gesagt, das ist zwar ein bisschen teurer jetzt, aber auf die Länge der Investition gesehen, es ist nicht wirklich viel. Und dafür spart man sich eine Menge Ärger und Bastelei. Also das ist schon nicht schlecht. Man hat dann wirklich auch einen Hersteller, den man irgendwie nerven kann, wenn man es ist und so. Oder auch einen Lieferanten hier. Das macht es schon ein bisschen netter. Also, tatsächlich kann man deutlich unter 10.000 Euro kommen für so eine große Anlage, wenn man es halt ein bisschen selber macht. Oder halt Teile zumindest selber macht. Wie gesagt, alles darf man nicht. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Ja, wie viel spare ich eigentlich an Betriebskosten? Also was bringt es mir jetzt wirklich so über die Jahre? Das zeige ich euch jetzt und zwar für 2022 und 2023. Aber ganz im Ernst, also so schwankende und vermutlich bald sehr stark steigende Gaspreise, steigende Strompreise, Stromausfall, keine Ahnung, ein ganzer Scheiß. Das ist mir einfach mittlerweile scheißegal und meiner Familie auch. Und das Gefühl ist schon ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Also man hat wirklich so ein Stück Unabhängigkeit und das finde ich schon ziemlich wichtig. Also ist jetzt bei mir mittlerweile so. Und ich habe auch nicht mehr so Angst davor, irgendwelche, was weiß ich, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder ein E-Auto. Das macht jetzt irgendwie Sinn, ja, weil ich erzeuge den Strom und dann macht das alles irgendwie viel, viel mehr Sinn in meinen Augen. Okay, aber Zahlen sprechen auf jeden Fall mehr als Worte. Schauen wir uns erstmal an, was sich dieses und letztes Jahr erzeugt und selbst verbraucht habe. Und dann rechnen wir uns mal aus, was es eigentlich so gebracht hat, also wirklich aufs Jahr gerechnet. Ihr seht jetzt hier die Einnahmen meiner PV-Anlage von Januar bis Anfang August für 2023. August, das ist quasi heute, also weiter ging es einfach noch nicht. Und ich habe bisher 5050 Kilowattstunden erzeugt. Das heißt, im Schnitt sind es 22,5 Kilowattstunden am Tag, die ich erzeugt habe, über das ganze Jahr gesehen. Also wie gesagt, im Winter natürlich viel weniger, im Sommer mehr, aber das ist so der Schnitt. Eingespeist habe ich 1726 Kilowattstunden, also das ist quasi mein Überschuss, also so 7,7 Kilowattstunden am Tag im Schnitt. Verbraucht habe ich 1540 Kilowattstunden, also 6,8 Kilowattstunden am Tag im Schnitt, wie gesagt. Und der durchschnittliche Strompreis für 2023 liegt bei 43 Cent, Quelle hier unten. Aktuell liegen die Preise natürlich wieder niedriger, das weiß ich, aber das war halt einfach der Durchschnittspreis. Und da ich aufs ganze Jahr rechne, muss ich das auch so machen, sonst ist es nicht fair. Verbrauch habe ich ungefähr 21,71 Kilowattstunden am Tag im Schnitt. Das ist so hoch, weil ich ja wie gesagt mit hocheffizienten Klimaanlagen heize und auch eine Brauchwasserwärmepumpe am Laufen habe. Also das heißt, ich mache Warmwasser und auch die Heizung über Strom. Und wenn man es dafür eigentlich nimmt, was ich da alles, also dass ich das alles damit mache, ist es eigentlich verdammt wenig sogar. Also wenn man es jetzt alles dann summiert, heißt es, dass ich 14,91 Kilowattstunden von 21,71 Kilowattstunden wirklich selber erzeugt habe, im Schnitt übers Jahr gesehen. Das finde ich schon ziemlich guter Wert. Gucken wir uns mal 2022 im Vergleich an. Hier habe ich jetzt 7084 Kilowattstunden eingenommen, also einfach, weil ich hier das ganze Jahr hatte. Und das sind dann durchschnittlich 21,8 Kilowattstunden am Tag. Eingespeist habe ich 2673 Kilowattstunden übers Jahr, also circa 7,32 Kilowattstunden am Tag im Durchschnitt. Verbraucht habe ich 2263 Kilowattstunden, also 6,2 Kilowattstunden am Tag. Und der durchschnittliche Strompreis war tatsächlich sehr ähnlich, also auch hier 43 Cent. Das heißt, ein Verbrauch von circa 18,28 Kilowattstunden am Tag im Schnitt. Das sind so 3 Kilowattstunden am Tag weniger als dieses Jahr. Wir hatten aber 2022 einfach noch keine Brauchwasserwärmepumpe, haben unser Warmwasser also noch mit Öl gemacht. Vermutlich kommt daher diese Differenz. Aber wie gesagt, das passt auch ganz gut so. Okay, also wir haben 12,08 Kilowattstunden von 18,28 selbst erzeugt. Weil jetzt die Kommastellen sind jetzt hier Käse, weil so genau ist es natürlich auch nicht. Also jetzt rechnen wir mal alles zusammen und wollen mal checken, was habe ich jetzt eigentlich so gespart, zumindest so grob. Ich nehme die Strompreise, wie gesagt, jetzt immer die durchschnittlichen Werte für das entsprechende Jahr. Quelle habe ich euch unten angegeben, wo ich das her habe. Fangen wir mit 2023 an. Ohne PV. Es sind dann, wie gesagt, die 21,71 Kilowattstunden, die ich einfach verbrauche, mal 43 Cent. Also so circa 9,3 Euro am Tag für Strom im Schnitt bei uns, wenn wir keine PV hätten. Mit der PV, es ist jetzt so, dass wir nur noch 6,8 Kilowattstunden im Schnitt verbrauchen, mal, wie gesagt, auch die 43 Cent. Das sind dann 2,92 Euro am Tag. Wir speisen aber auch 7,7 Kilowattstunden am Tag im Durchschnitt ein, mal 7 Cent, die ich dafür bekomme. Das heißt, 54 Cent bekomme ich nochmal raus, weil ich einspeise. Also die kriege ich dann quasi überwiesen. Das heißt, wenn wir es jetzt summieren, komme ich dann auf Stromkosten noch von 2,38 Euro am Tag. Das ist natürlich schon eine ganze Ecke niedriger als ohne die PV. Auf 365 Tage gerechnet, komme ich dann ohne PV auf Stromkosten von fast 3,400 Euro. Mit der PV sind es so ungefähr 870 Euro. Also das ist schon eine krasse Reduktion, finde ich. Das sind fast 2,560 Euro im Jahr, die ich gesparkt habe, bei Investitionskosten von circa 10,000 Euro. Also das ist jetzt wirklich innerhalb von ein paar Jahren durch. Also wahrscheinlich hat es sich bald schon amortisiert bei uns. Allerdings ist das Jahr natürlich noch nicht durch. Also das heißt, die Werte sind hochgerechnet. Also da kann durchaus noch eine kleine Diskrepanz oder eine kleine Differenz am Ende rauskommen. Deswegen schauen wir uns das nochmal für 2022 an. Denn da habe ich jetzt wirklich schon das gesamte Jahr vorliegen. Wobei wir damals noch keine Brauchwasser-Wärmepumpe hatten. Also das heißt, da war der Verbrauch etwas niedriger. Okay, dann machen wir es nochmal für 2022. Ohne PV wären es 18,28 Kilowattstunden, die wir am Tag verbraucht haben, mal 43 Cent. Also 7,80 Euro am Tag für Strom. Ungefähr. Mit PV wären es dann 6,2 Kilowattstunden, die wir nur noch verbraucht haben, mal die 43 Cent. Also nur noch 2,66 Euro Verbrauch an Stromkosten am Tag. Wenn wir jetzt noch die Einspeisung davon abziehen, also 7,32 Kilowattstunden Einspeisung, mal die 7 Cent, die ich dafür bekomme. Dann sind wir bei 51 Cent ungefähr, die wir noch abziehen. Also können wir dann auf Stromkosten von 2,15 Euro am Tag so ungefähr. Auf 365 Tage hochgerechnet sind wir dann ohne PV bei 2.870 Euro, Pi mal Daumen. Mit PV dann bei ungefähr 780 Euro Stromkosten im Jahr. Also auch hier so um die 2.000 bis 2.100 Euro im Jahr gespart. Was natürlich schon echt geil ist. 2023 darf man natürlich nicht vergessen, dass der Verbrauch durch die Brauchwasser-Wärmepumpe höher war. Aber dafür verbraucht man natürlich auch gar kein Öl mehr oder fast kein Öl mehr. Da wäre es fast komplett über Stromheizen. Bis auf wenige Tage, wo ich manchmal noch die Ölheizung anmache. Das habe ich aber in dem Video schon mal erklärt. Und wie gesagt, 2023 gibt es halt nur die Daten bis jetzt. Also bis August. Deswegen können die Daten natürlich noch leicht verzerrt sein. Ich denke aber, dass das schon relativ gut passen wird. Ja, große Frage, die ich oft immer gestellt bekomme, ist, wo kriege ich jetzt eigentlich irgendwie die Teile her. Und das habe ich einfach mal bei mir im Forum nachgefragt. Also wo ihr eigentlich so eingekauft habt, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Und da kamen einige Antworten. Den Fred findet ihr hier. Also könnt ihr auch selber nachlesen. Wie gesagt, ich habe mit den ganzen Shops nichts am Hut. Ich bekomme kein Geld von denen. Die wissen nicht mal, dass ich die hier erwähne. Und auch mein Forum ist werbefrei ohne irgendwelche Datenkragen oder sonst irgendeinen Scheiß. Die ganzen Tools auch. Die Kosten, die ich bezahle, ich quasi alle von eurem Support oder halt auch von den YouTube-Einnahmen. Also meldet euch gerne, teilt eure Erfahrungen und checkt das einfach mal im Forum ab. Aber jetzt zu den Empfehlungen. Für Akkus zum Beispiel wurde sehr oft der niederländische Shop ncon.nl empfohlen. Aber auch Pandasolar für zum Beispiel diese Pylontech-Akkusysteme. Bei ncon habe ich selber tatsächlich schon öfter bestellt und kann da wirklich gar nichts Negatives berichten. Das hat bisher eigentlich immer alles sehr, sehr gut funktioniert. Für die Unterkonstruktionen und Module wurden Venturamasolar sehr häufig empfohlen. Also schaut auch da mal irgendwie vorbei. Gebrauchte Angebote auf Ebay-Kleinanzeigen. Da gab es tatsächlich ein paar Negativerfahrungen. Also hier eher so vorsichtig sein. Muss aber nicht negativ sein. Also ich habe auch schon mal gebrauchte Module bestellt und das lief auch gut. Aber ansonsten fragt einfach nochmal im Forum oder teilt auch echt gerne eure Erfahrungen. Diskutiert mit den Leuten. Das hilft uns allen. Wovon ich grundsätzlich abraten kann, sind zum Beispiel Akkus von AliExpress. Also da kann ich wirklich nur sagen, macht das bitte nicht. Die sind wirklich oft schadhaft und problematisch. Also da habe ich eigentlich durchgängig immer nur problematische Sachen gehört. Also hier wirklich tierisch aufpassen. Okay, das ist mein aktueller Stand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, ich werde auch noch weiter über die Anlage berichten. Auch über noch zum Beispiel demnächst würde dann nochmal kommen, wie ich mein E-Bike selber gebaut habe und so. Und das ist auch sehr günstig. Wenn es euch interessiert, abonniert den Kanal, dann bleibt ihr hier auf jeden Fall am Ball. Und ist auch ein PayPal-Link, wenn ihr mir helfen wollt, irgendwie unabhängig zu bleiben. Und Dinge wie unser PV-Tool und das Forum und so weiter aufrecht zu erhalten, das kostet alles relativ viel Geld. Also das denkt man gar nicht, aber da kommt mittlerweile viel zusammen, weil es auch einfach groß geworden ist. Deswegen bin ich da auch einfach auf euch angewiesen. Aber wie dem auch sei, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.